schon wieder ins ist doch furchtbar du weißt doch was ich meine Gekko noch weiß ganz genau was ich meine und da gibt's doch diese Endersteine noch wo diese Silberfische rauskommen ja und die haben wir hier in der Burg auch wir haben eine tolle Burg ausgesucht auch dafür habe ich eine verzauberte Eisenspitzhacke gekriegt Haltbarkeit 2 und Diamanten ja die habe ich auch die haben wir in Hölle und Fülle gefunden so viel können wir gar nicht ausgeben an Diamanten wie viel wir gekriegt haben Ena ist weg ich steh genau links von dir links von dir links von dir naja mein ich ja ach hier bist du ja komm schon nächste ist weg ich bin kurz im Inventar an die Wundern oh hier ist ein Zaubertrank den will ich haben was sieht denn das jetzt aus das ist Gold Gold haben wir auch Dirk Obsidian, Bücherhammer und Diamantenhammer also Obsidian brauchen wir dann können wir so einen Zaubertisch basteln Eka braucht da eine Spitzhacke dir Spitzhacke dir Spitzhacke was sagst du Dirk? dir Spitzhacke da wir kommen uns wie süß ich steh jetzt hier runter hallo ja wo bist du? ich bin unter dir ich steh dir zu Füßen ich bin wieder so ein Vieh machs weg ich lass mal die Füße erzählen ich lass mal die Füße erzählen ich lass mal die Füße erzählen ohhhh Füße erzählen Wartung ich glaub hier unten ja ja ich komm mit dir hinterher hm achte ach ich hab hier einen Thron sah ich hab eine Küche oder sowas gefunden Küche? cool warte mal ja ich hab den König gefunden los Abkürzung fressen 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 gefunden ja ist ja nett dass du wie bist du schonmal gestorben? achso ja du ok ne hier auch schonmal was? ich komm mal hier rein was? ich doch nie oder? na klar da steht dein Name drauf an das gibt's doch gar nicht was ist denn das? ein Mersa? ein Pot? oder wie? Flower Pot? am Blumentopf ach das ist das ist ein Blumentopf ACHTUNG! ATTACK ATTACK da kriegt der Gorni mit der Junge hoffentlich haben sie dich steh ruhig steh ruhig den hab ich gekellert warte aufgrund euch ihr seid immer noch in der Burg ach halt die Klappe versteh das nicht? wie lange braucht ihr hier nur? halt bloß deine Hilfe zu machen ich wollte den Keller einziehen die nächste kannst du machen ist frei Keller ist frei komm runter fuck ja die Drecksau hab ich eh mal nie aufgepasst ich hab ooooh ein so ein aah da passt der eh mal nie auf freust du dich da kommt der um die Ecke geschlichen und haut dich ach das ist doch ist doch Mist ey der Sven haut dich ja der auch ach der lässt sich haut ach der lässt sich haut wenn ich jetzt mal wüsste wo das ah ich glaub da oben war das irgendwo oh hehehe hihihihi naja naja ohoh hähä? hast du eine Abkürzung? ich binme zurück wieder wieso hast du nun eine Abkürzung? ich hab ne Abkürzung? was? wos wieso hast du ne Abkürzung? hast du eine Abkürzung? Ich bin noch nie bei dir Leute. Wo ist mein Tod? Nein, das war ich nicht. Wieso hast du denn ab kurz? Hä? Das ist schwer. Das täuscht, das täuscht. Ich treff den Goni mit mein Schwert. Du hast den Schwert? Hatte. Komm mal mit. Zieh dich an. Mit den Heben machen sie uns da weg. Deswegen sollst du dich ja anziehen. Nein, ich versperre. Kugeln haben wir. Ich guck mal ob ich mit einer Moskette auf die einbauen kann. Du hast nur Kugeln. Jetzt hab ich welche. Ich weiß nicht ob das die sind. Zum Feuern. Kugeln. Revolver. Könnte doch passen. Hm. Vielleicht renne ich jetzt auch bloß mit dem Lernrevolver rum, weil die Kugeln passen nie dazu. Keine Ahnung von weiter. Geht. Geht. Die sind so dran. Geht. 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 Also gut, da haben wir noch neun Kugeln. Wie kann man Kugeln herstellen? Vielleicht kann man noch welche machen, aber da habe ich auf den König einen. Kugel. Brauche ich Schwarzpulver und Eisenbahnen. Haben wir oben. Oh, jetzt habe ich auch so einen Bogen von dir. Ich mache klein nochmal, versuche ich nochmal hochzugehen. Oben hatte ich Schwarzpulver und Eisenbahnen hat man glaube ich auch. Du hast noch was hier hochzugehen. So. Gut, ich komme dann mit. Nimm das Zeug mit, was hier drinne ist, da komme ich schnell mit drauf. Spitzhacker müsstest du haben. Halt. Machst du mir nichts, oder was ist hier? Ich mache hier nichts. Pass auf, du hast mich aber. Wo sind wir denn hier rausgekommen? Äh. Jetzt frage ich mich auch gerade was. Wo sind wir denn hier? Hier durch. So. Ich mache mal schnell hier ein bisschen zu. Dass unser Kind hinterherkommt. Also können wir doch den König killern. Könnt ihr nochmal auch Spaß auf den Tross schießen dann? Wenn ich ihn gleich von hier aus sehe. Na, kann man auch nach oben. Ja, unter mir. Unter mir. Hm. Hm, das ist ein Fleder. Was hat er da? Der hat 243. Warte mal. Äh, der steht. Der bugt gerade dort irgendwo. Der ist gerade nie ganz gut. Geheuer. Koscher. Also. Der macht gerade Korrekt, der ist dancing, dancing. Sollte mal auffallen damit. Das ist zwei Punkte, ne. Oh, nicht so viel. Das sah vorne besser aus. Also was sagst du? Schwarzpulver und Eisen, ja. Eisenbahn, ne. Ich komme jetzt zu dir hoch. Äh, wie sitzen die hinten? Nebeneinander, übereinander, mittelinander? Links Schwarzpulver, rechts Eisen. Nebeneinander. Also. Also runter geht's schneller, das sag ich dir, ey. Hm. Wir werden hier auf jeden Fall eine Rollbahn oder so einsetzen, bauen. Äh, kann man in der Tag machen, man zu der Zeit. Schwarzpulver, wo haben wir denn hier Schwarzpulver? Dann schauen wir es nicht. Wir können es gleich machen, wir legen uns gleich hin. Feuerstein, Kohle, Kohle. Wir haben einen Haufen Kohle wieder. Nein, wir brauchen ein bisschen Essen wieder. Ja. Wir brauchen einen Haufen. Ey, du, Svenne. Aus einmal, aus einmal, ähm, Eisenbahn und einmal Schwarzpulver. Kriegst du 18 Kugeln. Ach, das ist wunderbar. Kann man ordentlich auf den Einballern. Wie machst denn du so eine Waffe? Wie machst denn du so eine Waffe? Warte mal, ich gucke mal. Revolver. Revolver. Oh, die kriegst du bloß. Die kriegst du bloß. Da zeigt deine Stimme. Warte mal, was haben wir denn noch? Ähm, Flinte. Hier, hab ich dir die Pistole gesagt. Ähm, Flint, Angriffsschaden. Hier gibt es eine Flintlockpistole. Eisenbahn, Eisenbahn, Feuerzeug. Eichenholz, Bretter. Nicht so schnell, nicht so schnell. Nicht so schnell. Feuerzeug. Feuerzeug sagst du. Gib mir mal, gib mir mal einfach noch drei Eisenbahn her. Dann mach ich die ja schnell mal. Eisenbahn. Dann machst du mal schnell das Essen warm. Das Feuerzeug hab ich hier drinne. Komm her, wo bist du? Weil ich hab ja diesen. Komm her, hier drinne. Hast du Feuerzeug, hast du Eisenbahn? Gut. Holzbretter und Stickies. Holzbretter, Stickies. Stickies. Stickies waren ja diese Stöcke noch. Nö. Warte mal. Wie hast du? Holzbretter und Stickies. Hast du alles in der Kiste? Gut. Werkbank. Tuck, tuck, tuck. Tuck, tuck. Tuck, tuck, tuck. Äh, Dirk? Ja. Elektro-Furnace. Ja. Baust du ein? Nee, ich bau gerade was anderes. Es kann möglich sein, dass da mit den Tropenholz nicht klarkommt, weil wir Tropenholz haben. Haben wir noch ein anderes Holz da? Sonst bauen wir hier was ab. Warte. Ähm. Das ist kein Tropenholz, das ist Kirsche. Japanische Kirsche ist das. Ja, das ist ja egal. Aber es kann sein, dass er das nicht nimmt. Das ist scheißig. Müssen wir vorne dann das Loch wieder zumachen. Da, nehmen wir das dort. Und. Ja, flack definitiv am Holz. So, jetzt guck ich mal nach, ob du auch die gleichen Patronen nimmst.